ja die oder der uns umgeht zu wie es ist um das beste spiel überhaupt und zu tun er mit mir weil ich gelben weniger bergst ja mal ich habe übrigens zwei gegner in der mitte mann vor ihren und um um und das ist sie mit dem Diabloser und Tank da ist aber ich schenke ihnen die ganze Zeit gut ein mit Fröschen und so ner Scheiße wo sie einfach nicht töten können aber sie weggräfen nur weil helfen wir doch man mitsch die alten Schreine erwachen und setzt den Drachenritter frei alles klar heißt das ist der übelste Nerv-Typ höre die Schmierdachgerd nicht nur wechselst wenn das in der Zebo ja natürlich bei uns kommen Mafuen und Diablo und weiß das wir brauchen die Verstärkung ja ich bin in der Mitte alleine ich kann nicht runter ich muss die Mitte halten weil die haben mir gut eingeschenkt aktiviert die Schreine jetzt dann gehört nach der Strache an und ich werde einfach immer spinnen wenn er das so das eigentlich der perfekte die mit in der Mitte weil ich einfach total verhindern kann dass irgendjemand in der Mitte was bekommt das muss er vorhin schon kein Leben mehr ich muss mich zurückziehen und ich kann mir an was ein auch richtig guten Mann erfahren also was ich tot noch nicht die die hängen ist nach oben geflogen jetzt sind sie alle oben ich glaube dass ihr die Mitte wie er ist unter der wieder bekommt ja wir sind dabei das ist ja auch nur mal früher und Tank und jeder sind wir haben unser Tank oben hält auch das Ding noch gut zurück So, wir haben das untere jetzt. Schnell, schnell rein. Jetzt ist es wieder da. Ja, ich habe auch schon wieder Angst. Ich habe 2 Stück an mir hängen, in der Mitte. Kann ich nicht machen. Ich versuche so lange unten zu halten, wie möglich. Ich habe 2 Stück in der Mitte. 3 Stück in der Mitte. 2 unten und ich bin erlaubt. Ich bin immer gleich tot. Wei. Wei. Unsere Leute oben haben einfach gar keinen mehr. Der Wurensohn. Scheiße, du bist ein Feuer, fuck, Alter. Hat mich getötet, ey. Alter. Hier oben ist echt keiner. Ich bin auch mal alone gegen 2, das ist nicht mehr behindert. Ich bin gerade alone gegen 3. Und ich bin Natspo. Ah, jetzt kommt Nova. Ich kann da nicht rein gehen, weil sonst bin ich eh wieder tot. Nee, brauchst du auch nicht. Du musst mir bereit sein, falls die gehen, dass du es wieder cappen kannst. Ich kann vielleicht Mitte verstärken hier, weil es bringt eh nichts. Geben zwei dort zu kämpfen. Du kannst auch oben verstärken, wenn du willst. Du kannst auch oben verstärken, wenn du willst. Dann kann ich mich mal kurz zurückziehen, oder? Ja. Ich habe mich schon. Und Nova nimmt gerade das untere ein. Oh. Wir haben beide. Und Nova unten gecaptert. Ich habe euch im Blick. Versuch das Ding zu holen. Kriegst du nicht. Hm. Wer lässt dich das nicht holen? Jetzt vielleicht verliert. Wir haben unten wieder verloren. Aber jetzt bin ich auch wieder mit da. Ich habe Widerung aufgenommen. Wie gebt euch zu einem. Oh, ein Gift mehr kommt. Oh. 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 Hm. Ich ja. Und bei den Gegnern, Diablo. Ansonsten. Nein. Ja, Diablo hat mich gekündet. Also, ich habe erst einfach gegessen und ich habe michиссging gekündet. Erst mort… ziell… Meine Superspinnen haben auch mega mitgeholfen eh. Äh die Puschen uns unten grad, naja, wir pushen den Oberen weg. Lass deinen Hund ein bisschen tanken, der kann das. Jetzt rein da. So soll es sein. Felix schießt der große Tower jetzt auf mich. Bei den Scherz Hunde angreifen. Ah, jetzt kommt wieder was ein. Der ist tot. Nein, der ist ein Schildschilder. Wie kommt der mit dem Schildschilder hin? Komm schon. Oh, meine Axt, Alter. Meine Axt. Meine Axt. Das Geile ist halt, der Wechsel ist halt Fernkampf und Nahkampf. Das ist mega der Vorteil. Wir haben auch keinen Vorteil, wir haben gleich das erste Vorder und den Gegner wieder tot. Wir brauchen keinen Scheiß-Brachen-Ritter. Und tschüss. Misha. Nazebo-Boss, Alter. Eingesperrt, gute Nacht. Zwischen habe ich einfach schon 70 mal meinen Kill-Bonus. Weil der steckt sich ja auf. Ich habe schon 70 Sachen einfach getötet. Oh, die haben wir unten, oben. Scheiße. Mitte, 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 Mitte. Nur war es da. Oh. Machst du mich sehr. Aber trotzdem. Ein tödlicher Schlag. Oh, shit, Alter. Rainer's ulti. Oh, shit, Alter. Boah. Erhebt euch wieder. Und riecht euch. Ja. Zeugen rein. Kann man nicht filmen. Der Wasserhals auch. Hier hin. Idiot. Warum sind unsere Leute auf einmal alle gestorben? Ich glaube keiner. Das wir sterben, Axe 2 gegen 4 ist ja ok, aber warum sind die anderen alle gestorben? Aber denen bringt der Drachenritter jetzt auch nicht mehr, als wir zwei ohne Drachenritter geschafft haben. Na doch. Tutter. Weil die töten alle unsere Leute, weil die sich abschlachten lassen. What the fuck? Hier sind wir hier. Was ist denn wir? Aber früher. Der der Neoric sinne. Hier sind wir, ne. Egal. Falsch nicht. Ich sag nichts mehr. Ok. Hier. Das war... ...schön. Frischer mach mal. Okay, die machen uns das auch. Was? Die machen das auch, das Lenker. Was? Der Blob, pass auf. Und die anderen. Ich geh jetzt, mein Lieber. Was? Alter. Auf Deck. Ich bin ja dabei, aber... Ich bin ja angegriffen. Uncool. Mega uncool. Die Schrein werden aktiv, das ist mega uncool. Ja. Befreit den Drachenritter. Und bringt euren Feind um den Tod. Jawohl. Oh, der Wunsch. Oh, der Wunsch. Oh, der Wunsch. Geil. Markus, machst du den unteren, da ist nur einer. Ich bin unterwegs. Ich habe... Weil... Dein Uter wird dann damit er grad getötet. Die Geister sagen mir, dass dieser Held sterbt. Die Geister sagen mir, dass dieser Held sterbt. Das ist ein Neftor. Er macht so mega damage. Das ist ein Neftor. Ich bin wieder gekriegt. Ich bin wieder gekriegt. Ich bin wieder gekriegt. Seid. Die Erzüge. Unsere Wege kreuzen sich. Ihr habt ein Fuhr verloren. Ihr habt ein Fuhr verloren. Der Pfad ist lang. Alter. Oh nein. So ein fucking locker. Ja. Das war jetzt mal chill. Ich habe ein внимание zum Stil zurück. Ich habe Hoffnung... Jetzt ist es kein Ende mit der Mauten Ich habe zwei Stück jetzt hier, das schaffe ich nicht Unser Verbündeter braucht Hilfe Das wird nicht lieber sein Kann ich nichts machen, ich konnte ja auch nicht zu Rainer laufen Das wäre genau so doof gewesen und zu Diablo Die Geister sagen mir, dass dieser Held sterben muss Alter Alter, ich werde weggedrängt, ich sterbe so hart Nein, fick dich doch, du Wundersohn, wie schnell konntest du Wie weit konntest du springen, ey, Fotze Ich wandere allein Ja, was soll ich machen? Von euch wird nichts als Asche übrig bleiben Halt deine Maul, ey, ohne Witz Ich habe mich aber unaufgenommen Ich werde dich durch dieses Gefängnis zurückziehen Nein Ich bin drei Level über uns Ja Da können wir nichts machen In so einem Kampf Ihr scheint eine Festung verloren zu haben Eure Zitadelle wird angegriffen Was soll ich? Du denkst, dass du dein eigenes W-Bot hast, cool, oder? Ja Was soll ich machen? Ich bin drei Level über uns Sie töten uns, ne? Bisher Und recht euch Der Gegner greift eure Zitadelle an Die Schweine erwachen erneut Wer wird den Drachenwitter beherrschen? Das sind die Besten Ein Held ist vor der Schlacht geklohen Der Drache wartet Befreit ihn Und vernichtet eure Feinde Ich bin wieder bei ihr Auf der Piers Jo, das ging jetzt zu schnell Die Flammen deutern alles Eure Zitadelle wird angegriffen Eure Zitadelle wird angegriffen Eure Zitadelle wird angegriffen Eure Zitadelle ist Eure Zitadelle ist Eure Feinde haben eine Festung zerstört Geister sagen wir, das ist der Tag. Mein Werk ist noch nicht vollendet. So soll es sein. Eure Zitadelle wird angegriffen. Doppelkill. Ein tödlicher Schlag. Entfesselt die Bestie. Ich wandere allein. Eure Zeit ist gekommen. Elender Hund. Gut gemacht. Haha. Eure Zeit ist gekommen. Ich glaube, du machst das Camp hier gerade. Lass drauf gehen. Macht erfüllt die Schweine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Digger, 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 Digger. Ich bin keiner, der was aushält. Ich bin kein Problem aufgenommen. Ich bin schon nicht. Ich bin schon. Du bist Tank, Alter. Du musst dich eindeutig vor mir aufopfern. Hab ich gemacht. Nee, wir sind gleichzeitig gestorben. Weil du die ganze Zeit gegen was eingekämpft hast. Nein. Wurde über die halbe Map gejagt von den Typen, ey. Ganz am Anfang, wo ich Digger geschrieben hab, da hab ich schon fast 10 Sekunden lang gegen den gekämpft alleine. Weil du dich nicht mit dem Design beschäftigt hast. Du hast ja fast getötet. Ja, aber nur fast. Weil der viel mehr Schaden macht wie ich. Hätte so nicht geholfen, hätte man tot können. Wie siehst du das Problem? Jetzt haben sie wieder Drachenritter instant wahrscheinlich. Ja. Jetzt ist es vorbei. Die Flammen werden euch holen. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Lass die Jagd beginnen. Ein Held ist in die Schlacht zurückgekehrt. Niemand entge- Ja, Leute, ne? Mal verloren. Ich werde wieder reported, wie immer. Nix Neues. Wieso auch immer? Ja, ich bin nicht reported. Du eh nicht. Wieso auch immer? Weil ich hab den höchsten Diener-Schaden, den höchsten Helden-Schaden, den höchsten EP-Fight geragt. Die meisten Kills bei uns im Team, die wenigsten Tode bei uns im Team. Was will man mich reporten? Ich hab sogar mehr Tank-Bonus wie Diablo-Altern. Ich hab weniger wie Deo Rigg. Ja, 4.000. Wow. Ja, okay, hat den Diablo-Weichtscheiße. Ja. Den hab ich ja fast Solo weggemacht. Naja. Nein. Geht das noch besser. Ist halt so. Und dann würde ich sagen, wir sind σ нашına weitera Folge von Deus of Storm. So mit Sven. Dölböö.